Also ich persönlich finde ja diesen Begriff einer Zielgruppe nicht mehr zeitgemäß. Also ich finde, dass wir als Unternehmen, wir haben ein Audience, wir haben ein Publikum. Ich sage immer das Beispiel, eine Band wie Metallica, Metallica keine Zielgruppe. Metallica hat ein Publikum, hat ein Audience. Und in dem Publikum, da ist jung und alt, da ist arm und reich drin, da sind Biker drin, da sind Bordellbesitzer drin, da sind Anwälte und Ärzte mit dabei. Sie haben aber eine Gemeinsamkeit und das ist halt die Liebe zu der Musik, zu dem Metal und so weiter und so fort.